mit niemand live einfach von dieser fischen okay brad guck mal bruder ich bin 500 kilometer gekommen nur allahe brad unsere hack zu nehmen weißt du was die jetzt vorwerfen entweder die ruft bullen entweder der kommt jetzt mit einer ältere araber und sie entschuldigt sich und kassiert vor mir schelle jetzt macht entschuldigung video bruder was bringt das mir wenn es um meine eltern geht was bringt das mir bruder oder du bist ich ich bin du oder ist das nicht so wir sind doch wir sind so erzogen ja braten deswegen sage ich du musst jetzt die für diese hakt musst du verantwortung tragen der kommt nicht raus der will jetzt mit einer ältere araber kommen ich habe gesagt hey guck mal schäm dich ich bin 24 ich bin bei dem stadt du hast fünf kinder und du hast nicht mal raus zu kommen was was bist du was brad die reden über straße ich habe nie geredet was ich bin auf was ich bin kein kampfsportler brad wallahi seit 16 ich hatte keine mama papa wenn mir geholfen habe ich habe selber alles selber erreicht wurde mit meinen eigenen händen und oder ich höre auf meine mutter sogar wo ich flasche kassiert haben die arabs haben nicht zugestellt ich habe weiter gekämpft wie ein mann weißt du brad ist es ist scheißegal was passiert auch haben so ich bin hier und weißt du was mich traurig macht der ist nicht mal ein bisschen mann raus zu kommen mit mir zu reden omar wallah ist der kein mann bruder deswegen guck mal ich schwöre auf voran ich bin eine letzte spaß wenn ich unsere hat zurück nicht nehme omar warte ab hier ist haben die macht weil ich glaube die rolle ihr habt auch alle gesehen der hat plötzlich ohne grund ohne gar nichts angefangen